Kooperation heißt das Schlagwort für die Gefäßspezialisten im Elbland. Nicht nur die drei Standorte der Elbland-Kliniken arbeiten im weiten Feld der Gefäßmedizin zusammen, sondern auch niedergelassene Spezialisten und das Krankenhaus in Torgau. Wir haben letztendlich schon immer mit Kooperationspraxen zusammengearbeitet, unter anderem die Praxis Haberland und die Praxis Stenze in Riesa und auch die Praxis Krim hier in Kostwig. Und wir haben das natürlich erweitert. Wir wollen hier im Landkreis natürlich auch Partner hinzugewinnen. Das ist uns mit dem Krankenhaus Torgau gelungen. Dort ist auch ein Angiologe tätig. Eine Gefäßchirurgie gibt es dort nicht. Und damit dieser Angiologe dort entsprechend tätig werden konnte, war die Notwendigkeit eines gefäßchirurgischen Backups für Notfälle dort angefragt worden. Und so konnten wir die Kooperationspartnerschaft dort entsprechend ausbauen. Unter großer Beachtung der Fachwelt wurde die Kooperation mit dem Torgauer Krankenhaus feierlich besiegelt. Die Zusammenarbeit im interdisziplinären Gefäßzentrum der Elbland-Kliniken bündelt dabei Kompetenzen der Standorte und bringt vor allem den Patienten Vorteile. Es gibt Situationen, wo doch der Gefäßchirurg operieren muss und wir betreuen wieder nach oder diagnostizieren vor. Andererseits gibt es dann auch Sachen, wo der Gefäßchirurg sagt, der Patient ist sehr schwer krank, zu alt, kann nicht operiert werden aufgrund von seinen Erkrankungen oder seines Alters. Und dann sind wir in diesen doch schwierigen Situationen genauso gefragt. Und in unserem Krankenhaus ist kein ausgebildeter Gefäßchirurg vorhanden. Die enge Zusammenarbeit mit Risa, Meißen und Radebeul durch die Kollegen Dr. Fuß und Dr. Robert Elvers ist schon auf der zwischenmenschlichen Ebene entstanden. Und dann letztendlich hat sich das Fachliche hinzugesellt, sodass wir uns ergänzen. Also sprich, für den Patienten und auch für unsere Arbeit ist das zufriedenstellend und sollte letztendlich zum bestmöglichen Erfolg für den Patienten führen. Grundlage bildet dabei die erprobte Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen der Elbland-Kliniken. Seit September 2017 ist es jetzt so, dass wir ein interdisziplinäres Gefäßzentrum gegründet haben, zusammen mit der Klinik für Angiologie, geführt durch Herrn Schäffers Dr. Fuß. Und wir haben uns zusammengeschlossen, um halt in einem interdisziplinären Gefäßzentrum standortübergreifend an allen drei Standorten der Elbland-Kliniken entsprechend für unsere Patienten besser und mit einem größeren Spektrum tätig zu werden. Dabei werden die Diagnose, aber auch Behandlungsmöglichkeiten der Gefäßerkrankungen immer komplexer, sodass sich eine Zusammenarbeit auch fachübergreifend einfach anbietet. Das Hauptthema ist die Gefäßmedizin. Und überall im Körper befinden sich Gefäße, die verschiedene Erkrankungen hervorrufen können. Beispielsweise nur das sogenannte Raucherbein von früher oder die Schaufensterkrankheit, wo Patienten Beschwerden haben von der Gehstrecke her. Und wir verbessern diese oder verhindern eine Amputation. Andererseits bei Schlaganfällen vorbeugend oder auch dann therapeutisch, wenn das Akutgeschehen eingetreten ist, können wir Halsschlagadern zum Beispiel therapieren. Das verändern bei Lebertumoren, die einzeln in der Leber da sind, zum Beispiel bei den kolorektalen Karzinomen, können wir diese veröden. Das Ergänzvereinigen, das Spektrum ist noch gar nicht so lange, sag ich mal, etabliert in der Medizin, gar nicht so lange bedeutet, weniger als zehn Jahre. Und das sind nur Beispiele, wo wir letztendlich für den Patienten da sein können. Und durch diese Technik hier ist das eine hervorragende Grundlage, um das Handwerkszeug, um letztendlich den Menschen zu helfen. Dabei können durch entsprechende digitale Kommunikationsmittel Diagnosen in Sekundenschnelle zwischen den Standorten ausgetauscht werden. Aber auch die Vernetzung mit den niedergelassenen Ärzten wurde auf eine neue Stufe gehoben. Wir unterhalten an allen drei Standorten entsprechende Sprechstunden, die für die Einweiser jederzeit offen sind. Wir haben letztendlich das Spektrum erweitert und auch die Zugangsmöglichkeiten für die Einweiser über eine sogenannte Hotline, wo eine Gefäßassistentin sitzt, die entsprechend dort dem Einweiser letztendlich Sachinformationen schon liefern kann und die Patienten entsprechend auch beraten kann, wenn dort Fragen auftauchen. Interessiert wurde von den Fachkollegen das Leistungsspektrum des Gefäßzentrums aufgenommen. Es gab zahlreiche Rückfragen zu den modernsten vorgestellten Therapiemethoden bei komplizierten Erkrankungen der Gefäße sowie viel Anerkennung für die neu geschaffenen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten in einem großen Einzugsbereich. Zusätzlich haben wir unser Spektrum an den Standorten weiter ausgebaut. Wir haben also die große endovaskuläre Chirurgie mit großen Aorteneingriffen an der thorakalen Bauchschlagader und an der abdominalen Bauchschlagader erweitert und wir haben das endovaskuläre Spektrum im Bereich der peripheren Gefäße deutlich erweitern können durch die Mitarbeit von Herrn Schäfferts Dr. Fuß auf dem Gebiet, sodass wir dort entsprechend qualitativ und quantitativ deutlich zugewinnen konnten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.